Hi, herzlich willkommen in der Dietz Arena. Schön, dass du da bist. Dein Personal Trainer ist gleich für dich da. Kennst du das? Du hast dir mal wieder ein Trainingsziel gesteckt und nicht erreicht. Wir sagen, dass du nicht das Problem bist, sondern wir deine Lösung. Lass mich dir kurz aufzeigen, wie wir mit unserem Betreuungskonzept gemeinsam dein Trainingsziel erreichen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind stolz darauf, schon zahlreiche Mitglieder zu ihrem Ziel geführt zu haben und freuen uns, auch dich zu deinem Ziel zu begleiten. Mach jetzt den ersten Schritt und vereinbare dein persönliches Beratungsgespräch.